Musik Ich freue mich auch, dass wir wieder mal wieder zusammenkommen. Das ist gerne eine kleine Zusammenkunft. Ich freue mich auf die Sonja Kelly. Ich habe eigentlich keine speziellen Erwartungen. Ich bin wirklich gespannt, wie das abläuft. Es ist immer sehr, sehr unterhaltsam. Je nachdem, was es dir gezeigt wird, was für einen Gast auch noch kommt. Es ist einfach, wie soll ich sagen, es ist so familiär. Wir freuen uns einfach auf diesen Tag. Weil wir die Leute sehen, die hinter der ganzen Bank stehen. Wir freuen uns, dass wir die Leute sehen und mit einem guten Vorwärts gehen. Herzlich willkommen zu unserer Generalversorgung. ... im Marktgebiet von Berner Landbank im Seeland zu erweitern. Ich blicke, anhaltend positiv in die Zukunft. Ich danke unseren Aktionärinnen und Aktionären und unseren Kundinnen und Kunden für das Vertrauen. Mit dieser Marktgebieterweiterung stärken wir unsere Bedeutung als Regionalbank und packen die Chancen beim Job. An unserem Engagement im Mennetal und im Oberaargau ändert das nichts. Das ist eine super Veranstaltung. Ich bin sehr informativ, kurzwillig. Sonja Kählin hat mir besonders gefahren. Der Dividend, der eine hohe Quote ist, das war wirklich eine Überraschung. Und die Schwimmer, die hat mich gerührt. Und die Schwimmer, die wir in diesem Markt haben. Zusammenführen zu ziehen ist sicher etwas, was ich mitnehmen kann. Ja, also es war alles schön. Ja, wirklich. Pastetten, die sind sehr gut gesehen. Sorry, ich hatte die Erinnerung, dass es das noch gar nicht gegeben hat. Heute mal eine schöne Abwechslung durchgegeben. Herr Hocken, gut essen, 40er Kassiers. Ah, stopp. Wir sind ja auch zusammenführen zu ziehen. Schon manchmal 90 Jahre. Zusammenführen zu ziehen. Merci, tschüss zusammen.